Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und 2024 wird ein sehr wichtiges Jahr sein für Windows. Es ist ein Jahr mit zahlreichen Veränderungen und großen Neuerungen für das Betriebssystem, aber auch für die gesamte Windows-Plattform selbst. Allerdings ist es gleichzeitig ein Jahr, in dem die Windows-Entwicklung aktuell aufgrund verschiedener interner und externer Änderungen ein bisschen im Chaos versinkt. Und darüber möchte ich in diesen Videos insgesamt sprechen. Es erwarten uns einerseits große Veränderungen bei der Hardware. Dieses Jahr kommen endlich die langersehnten ARM-PCs raus mit Qualcums neuen Snapdragon X Elite-Prozessor. Die werden deutlich mobiler, ausdauernder, effizienter und auch viel leistungsfähiger sein als die mobilen Chips, die wir aktuell dank Intel und AMD in unseren PCs haben. Wir dürften da also eine Äquivalenz zumindest erwarten mit den Apple MacBook Pros. Gleichzeitig ist es das Jahr des KI-PCs und KI-Funktionen und Neuro-Processing-Units sind in aller Munde und die gesamte Windows-Entwicklung wurde im Grunde umgestellt, um sich auf diese beiden neuen Produktkategorien zu fokussieren. Was dabei entstanden ist, ist aber hauptsächlich Chaos. Panos Panay hat zum Beispiel letztes Jahr erst das Unternehmen verlassen. Er war früher der Windows- und der Surface-Chef gleichzeitig. Und ursprünglich hatte Microsoft vor für diese neue Ära an PCs, für die KI-PCs, für die ARM-PCs. Aber auch Intel und AMD haben einige ziemlich spannende Produkte und CPUs im Angebot mit NPUs, die eben auf diese KI-Ära vorbereiten sollen. Und dafür wollte Microsoft ursprünglich sein Windows 12 veröffentlichen. Über Windows 12 und warum das genau abgesagt wurde, darüber habe ich schon in einem früheren Video sehr ausführlich gesprochen und dort alle technischen Details erklärt. Das werde ich hier jetzt nicht wiederholen. Aber im Grunde, um das alles kurz zusammenzufassen, könnte man sagen, Windows 12 ist gestrichen. Es wird durch Windows 11 24 H2 ersetzt. Und im Grunde alle Änderungen, die Microsoft für Windows 12 geplant hatte, die werden dann jetzt in 24 H2 implementiert. Es wird ein Windows 11 Update sein. Windows 12 wird nicht kommen. Es wird kein Windows 12 geben. Und stattdessen will sich Microsoft einfach auf das Marketing, auf das bestehende Marketing mit Windows 11 fokussieren und eben diese neue PC-Ära mit KI-PCs, mit ARM-PCs eben auch noch unter Windows 11 aufrollen. Finde ich eigentlich ein guter Schritt. Und hierfür hat Microsoft selbstverständlich eine ganze Reihe von technischen Änderungen unter der Haube, allerdings auch ganz viele neue Features vorbereitet für Windows 11 24 H2. Und heute möchte ich darüber sprechen. Heute sprechen wir über diese aktuelle Windows-Insider-Build im Canary-Channel, die 26.090, die quasi fertig ist, aber auch irgendwie nicht. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Zukunft von Windows 11, das ja quasi jetzt die Features von Windows 12 geerbt hat. Und natürlich auch darüber, worauf ihr jetzt insbesondere achten solltet, wenn ihr vorhabt 2024 noch einen neuen Laptop oder ein neues Windows-Tablet zu kaufen. Windows 11 24 H2 ist also im Grunde all das, was Microsoft für Windows 12 geplant hatte. Und wenn ihr nähere Details dazu erfahren wollt, schaut euch einfach das Video an, das wir zuletzt über Windows 12 gemacht haben. Was jetzt bei 24 H2 besonders ist, und das hatten wir auch in dem Windows 12 Video quasi ein bisschen angekündigt, da war das noch nicht sicher, aber Microsoft braucht eine Vorversion von Windows 11 24 H2, nennen wir das einfach jetzt 24 H2 Version 1 oder V1. Und diese Version, diese V1 Version, die wird jetzt schon an Hersteller ausgerollt. Die ist quasi fertig, aber sie ist es in Wahrheit nicht. Denn 24 H2 kommt ja bekanntlich erst Ende des Jahres. Aber die neuen Windows-Geräte, die KI-PCs, die ARM-PCs und so weiter und so fort, die ganzen neuen Computer, die jetzt zum Beispiel auch WLAN 7 an Bord haben, also jene PCs, die einfach Anfang dieses Jahres von Herstellern vorgestellt wurden, die brauchen jetzt eine neue Windows-Version. Und diese Version ist eben das 24 H2 V1, also die Build 26.0.9.0 im Canary und Dev Channel. Und dieses 24 H1 Update quasi wird jetzt nur an Hersteller ausgerollt. Es ist nur eine Release-to-Manufacturer-Version, aber wir als Endkunden bekommen sie nicht offiziell ausgerollt. Wir kriegen sie nur im Windows-Insider-Programm. Denn, wie gesagt, das 24 H2 Update wird erst im Herbst fertig und Microsoft wird jetzt wieder damit beginnen, quasi diese Insider-Builds wieder auseinanderzubauen und neue Funktionen mit reinzupflegen. Das heißt, diese Version ist eine quasi etwas stabilere, fast finale 24 H2 Version, die allerdings nicht alle Features drin hat und wo die Entwicklung eben noch nicht abgeschlossen ist. Und auf diesen Zwischenstand war ich echt gespannt und diesen Zwischenstand möchte ich mir gemeinsam mit euch hier ansehen. Dafür habe ich mir die 26.0.9.0 Insider-Builds hier auf mein gutes, altes, treues ThinkPad installiert und wir sehen uns jetzt einige Funktionen davon gemeinsam an. Eine der wichtigsten Funktionen von 24 H2 wird der Windows Co-Pilot. Die Entwicklung von Windows Co-Pilot hat jetzt in den letzten paar Monaten wirklich Fortschritte gemacht und mittlerweile ist es möglich, eine ganze Reihe von Dingen mit dem Co-Pilot im System zu erledigen. Microsoft fokussiert sich aktuell sehr darauf, die Einstellungen und verschiedene Windows-Features eben in den Windows Co-Pilot zu integrieren, damit man zum Beispiel den Co-Pilot fragen kann, nach den verfügbaren WLAN-Netzwerken, sich mit einem Netzwerk zu verbinden, die aktuelle IP-Adresse anzuzeigen. Also der Co-Pilot hat schon ziemlich viele Systemfunktionen mittlerweile bekommen. Neben den Dingen, die wir anfangs besprochen haben, als der Co-Pilot rauskam, zum Beispiel das Ändern des Themes, das Einschalten des Focustimers und solchen Dingen. Also der Co-Pilot ist tatsächlich in den letzten Monaten viel umfangreicher geworden und obwohl es ihn weiterhin nicht in Europa gibt, hat Microsoft im Hintergrund tatsächlich daran gearbeitet. Das sind allerdings noch nicht alle Funktionen, die der Windows Co-Pilot im Herbst in 24 H2 bieten soll. Da soll nämlich noch ein Advanced Co-Pilot dazukommen und der soll eben die Funktionalität des Windows Co-Pilots deutlich erweitern. Das soll bis Jahresende kommen, ist aktuell nicht in Windows drin. Und damit wird es eine deutlich engere Integration des Windows Co-Pilots in den Windows Explorer geben. Es wird kontextbasierte Co-Pilot-Funktionen geben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Datei an ihn rüberschickt oder wenn ihr mit einer gewissen Datei arbeitet, werdet ihr in Bezug auf den Kontext dieser Datei den Co-Pilot etwas fragen können. Und in diesem Zusammenhang soll Microsoft auch eine Timeline entwickeln, wo ihr quasi mit dem Windows Co-Pilot in die Vergangenheit zurückreisen könnt, um einfach damit gewisse Workflows und Aufgaben, wo ihr zum Beispiel letzte Woche wart, einfach wieder zu öffnen mit all den damit zusammenhängenden Dateien, Aufgaben und eben Programmen, die eben in dem Fall offen waren. Das ist allerdings noch in Arbeit und in dieser Version hier nicht implementiert. Aktuell haben wir allerdings im Co-Pilot nur diese einfache Seitenleiste, wie sie eigentlich im Microsoft Edge Browser auch integriert ist, mit einigen relativ limitierten Funktionen. Microsoft sagt auch, dass der finale Co-Pilot dann im 24 H2 Update auch lokal wird, ausführbar sein. Das heißt, gewisse Funktionen des Co-Pilots werden auch direkt nativ auf eurer Hardware drauflaufen. Ich denke, das wird eben auch diese neuen NPUs benutzen, die eben die neuen KI-PCs alle haben werden oder haben müssen. Ebenfalls ein neues Feature, worüber wir bereits gesprochen haben, sind die Snap-Layouts mit KI-Funktionalität. Ihr seht das hier auf meinem Bildschirm bereits. Wenn ich eben jetzt die Snap-Layouts aufrufe, dann werden mir hier mit KI-Funktionalität hier Gruppen vorgeschlagen, wie ich eben meine Apps hier am Bildschirm gruppieren kann. Haben wir bereits gesehen, ist bereits in einigen normalen Windows-Versionen drin. Aufgrund eben der Moment-Updates hat Microsoft diese Funktionalität bereits zurückportiert. Ursprünglich war das eigentlich ein exklusives quasi 24 H2-Feature. Ebenfalls eine Neuerung, die eben tatsächlich mit 24 H2 ausgerollt wird, die aber ebenfalls vielleicht früher kommt, einfach weil Microsoft jetzt seine Updates so ausrollt, wie man das tut, ist eben die Möglichkeit, Archive hier im Windows Explorer zu erstellen. Und zwar, wenn wir hier auf dem Rechtsklick gehen, auf irgendeinen Ordner, können wir diesen komprimieren in eine ZIP-Datei und neuerdings in eine 7-ZIP- und auch in ein TAR-Archiv. Microsoft hat eine neue Bibliothek zum Archivieren und Entpacken verschiedener Archivformate in Windows implementiert und es ist bereits möglich, R-Archive mit dem Windows Explorer zu entpacken. Und in 24 H2 wird diese Funktionalität auf einige beliebte Archivformate eben ausgeweitet. Ebenfalls neu sind die Schnelleinstellungen, die wir hier am rechten unteren Bildschirmrand sehen. Und zwar werden wir im Vergleich zur aktuellen Windows-11-Version sehen, dass wir hier jetzt eine zweite Seite haben. Das heißt, wir können hier einfach durch diese Knöpfe auf dem Scrollrad quasi zwischen diesen beiden Einstellungen-Seiten durchscrollen. Und hier haben wir eine ganze Reihe von neuen Optionen, zum Beispiel Cast-Optionen haben wir hier, die modernisiert wurden. Wir haben hier ein paar verbesserte WLAN-Einstellungen, zum Beispiel haben wir hier einen Reload-Button. Das heißt, wir können damit einfach die Netzwerkliste quasi aktualisieren, wenn wir unser Netzwerk hier nicht finden. Das ist immer wieder praktisch, wenn man zum Beispiel gerade sein Smartphone-Hotspot eingeschaltet hat und man diesen noch nicht sieht. Dann kann man einfach hier die Netzwerkliste ganz praktisch und ganz schnell aktualisieren. Außerdem wird es hier eine Möglichkeit geben, VPN-Profile ein- oder auszuschalten, was auch praktisch ist. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, live Untertitel hinzuzufügen über das ganze System. Das ist allerdings bereits ein Feature, das schon länger in Windows verfügbar ist. Ebenfalls eine Systemfunktion, die quasi aktualisiert wurde, ist hier die Kamera-App. Also einerseits, wenn ich hier die Kamera ausgeschaltet habe, also wenn ich diesen Privacy-Switch bei meiner Webcam ausgeschaltet habe, dann wird das hier auch indiziert in der Kamera-App, dass hier sehr wahrscheinlich mein Privatsphäre-Schalter die Kamera verdeckt. Das ist auch okay. Aber eine Neuerung, wenn man hier den Privatsphäre-Switch umstellt, ist hier, dass wir jetzt QR-Codes scannen können. Einfach über die Windows-Kamera-App. Und wir können uns dann hier quasi direkt mit einem Netzwerk verbinden, indem wir einfach mit der Windows-Kamera hier einen QR-Code scannen. Das ist ein wirklich mega cooles Feature, das hier dazugekommen ist. Windows kann jetzt endlich QR-Codes lesen. Ich glaube, mich irgendwie daran erinnern zu können, dass dieses Feature schon in Windows 10 mal vorhanden war, das mit dem Scannen von QR-Codes in der Kamera-App, vor allem eben dann wegen Windows 10 Mobile, dass es dann quasi entfernt wurde. Und jetzt wurde es quasi mit 24H2 wieder hinzugefügt. Ist auf jeden Fall praktisch zum Beispiel, wenn man sein Netzwerk hier verbinden will mit einem QR-Code über die Webcam-App von Windows. Ebenfalls eine ganz interessante Neuerung von diesem Windows L24H1-Quad, quasi Update, ist die neue Einstellung für mobile Geräte. Wir gehen hier gemeinsam rein zu Bluetooth und Geräte und dann gehen wir hier zu mobile Geräte. Wir haben hier also einen eigenen Tab, wo wir unsere mobilen Geräte hier verwalten können. Und wir werden hier erstmal die Smartphone-Link-App aktivieren, damit sich die einfach mal aus dem Microsoft Store herunterlädt. Und wir werden dann hier unsere Geräte verwalten können. Auch sehr spannend. So, und hier öffnet sich dann ein Fenster quasi, damit wir unsere mobilen Geräte hier verwalten können. Dann werden wir hier ein Gerät hinzufügen. So, QR-Code wird erstellt. Und jetzt werden wir hier mit meinem Surface Duo, ah, da muss ich die Kamera ja umdrehen, damit ich was fotografieren kann. So. So, jetzt wird mir hier die Kamera-App erklärt. Und jetzt werden wir hier, sogar das Duo kann QR-Code scannen. Mit meinem Microsoft. So, Link to Windows. Dann werden wir hier einen Code eingeben, jetzt auf dem Surface Duo. So, jetzt muss ich quasi Windows alle Berechtigungen geben, die es hier gibt, auf diesem Smartphone. Ist okay. Und jetzt ist alles bereit. Jetzt sollte hier mein Smartphone, mein Surface Duo hier verbunden sein mit dieser mobile Geräte-Einstellung unter Windows. Und das Witzige ist, ich kann das Fenster hier gar nicht schließen. Hier, okay. So, das jetzt funktioniert. Gehen wir jetzt hier zurück zu den Einstellungen, gehen wir auf Geräte verwalten und dort werden hier unsere Geräte angezeigt. Und allzu viel ist hier momentan nicht möglich, aber es wird zum Beispiel erlauben, euer Smartphone als Webcam zu benutzen. Und jetzt sollte hier eine Fotobenachrichtigung, aber natürlich, wenn ich hier den Nichtstören-Modus eingeschaltet hätte. Mach mal nochmal. Auf jeden Fall sollte hier jetzt unten rechts eine Benachrichtigung erscheinen, weil hier steht ja auch Fotobenachrichtigungen erhalten. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr auf eurem Android-Smartphone einen Screenshot macht oder wenn ihr zum Beispiel ein Foto damit erstellt, dann wird das sofort quasi als Benachrichtigung, hier ist es tatsächlich passiert, als Benachrichtigung, perfekt, auf eurem Windows-PC angezeigt. Und dann könnt ihr mit diesem Screenshot einfach machen, was ihr wollt. Er wird hier einfach direkt im Snipping-Tool geöffnet. Und wenn ihr dann jemandem etwas zeigen wollt auf eurem Android-Smartphone, dann könnt ihr diese Bilder damit direkt auf euren PC importieren. Wer viel hin und her mit Fotos hat zwischen Smartphone und PC, für den könnte dieses Feature eventuell praktisch sein. Oder wer viele Screenshots jetzt am Smartphone erstellt und dann am PC weiter senden möchte, für den könnte das ebenfalls ein nützliches Feature sein. Ich selbst sehe jetzt nicht so den riesigen Mehrwert da drin, aber Microsoft hat auf jeden Fall diese Option in die Einstellungen hier implementiert. Und das ist auch eine Möglichkeit, hier die Smartphone-Link-App zu öffnen und hier die gesamte Funktionalität davon eben zu verwenden. Dazu wird auch die Möglichkeit gehören, das eigene Smartphone als Webcam zu verwenden. Allerdings lässt mich hier Smartphone-Link nicht mit meinem Microsoft-Account anmelden. Mal schauen, ob das dann gehen wird. Microsoft hat auf jeden Fall angekündigt, dass es möglich sein wird, sein Android-Smartphone als Webcam zu verwenden mit der Smartphone-Link-App. Und da bin ich echt schon gespannt, wie gut das funktionieren wird. Vor allem mit dem Surface Duo hier, weil das ja auch hier ein wundervolles Gerät ist, um genau das zu machen. Das sagt mir jetzt, ich soll hier irgendwelche Berechtigungen auf meinem Smartphone hier akzeptieren, aber ich habe hier keine Berechtigungen, die ich eben geben muss. Habe ich ja schon alles gegeben. Smartphone-Link an der Taskleiste anheften? Nee. Smartphone-Link öffnen, wenn ich mich bei Windows anmelde, ja von mir aus. So, brauche ich alles nicht. Top. Schön. Ich kann den Telefonbildschirm öffnen, ich kann die Kamera-App öffnen. Also ich kann hier eine ganze Reihe von Dingen machen. Hier sind meine Fotos von vorhin. Link to Windows braucht ein paar extra Berechtigungen. Okay, jetzt kann er auf alle Benachrichtigungen zugreifen. Und das möchte er noch haben. Microsoft plant hier auch eine Möglichkeit zu implementieren, in die Smartphone-Link-App sein Android-Smartphone als Webcam verwenden zu können. Das funktioniert bei mir aber aktuell offenbar nicht, obwohl das Surface Duo wirklich ein wundervolles Kamerahandy wäre, weil ich da einfach die Kamera hier auf seinem eigenen natürlichen Kickstand platzieren könnte. Aber damit weiter im Text. Microsoft plant eine ganze Reihe von neuen Einstellungen mit dem 24H2-Update zu implementieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein neues Testwerkzeug für das Mikrofon in Windows. Dafür müssen wir hier zu System, dann zu Sound und uns hier ein Audio-Gerät, in unserem Fall ein Eingabe-Audio-Gerät auswählen, in dem Fall unser Mikrofon. Und wir werden hier sehen, wir können hier einen Test direkt starten für unser Mikrofon-Audio und das wird dann einfach bei uns ausgegeben. Und dieses Beispiel wird dann einfach für uns ausgegeben. Und dieses Beispiel wird dann einfach für uns ausgegeben. Also das Test-Tool fürs Mikrofon funktioniert schon jetzt. Wundervoll. Das Test-Tool wurde natürlich nicht einfach so implementiert, damit man jetzt Audio-Tests in Windows machen kann. Dem liegen eine ganze Reihe von Bemühungen zugrunde, den Bluetooth-Netzwerk-Stack unter Windows zu aktualisieren. Microsoft hat im Zuge dessen auch die Unterstützung für Hörgeräte mit Bluetooth Low Energy in Windows L24H2 hinzugefügt. Das heißt, gewisse Hörgeräte wird man künftig auch mit Windows verwenden können. Was sehr positive Neuerungen sind für all jene Nutzer, die das tatsächlich brauchen. Die sind eben auch nur ein Teil der Änderungen, die Microsoft quasi unter der Haube für sein Betriebssystem, also technischer Natur quasi, vorbereitet hat. Ich denke auch, dass die Unterstützung für AirPods, für Wideband-Audio eben, mit 24H2 dann final im Betriebssystem sein sollte. Microsoft hatte das vor längerer Zeit bereits versprochen, dass nativer AirPods-Support in Windows 11 hinzugefügt wird. Die Features wurden allerdings dann trotz Ankündigung von Microsoft niemals implementiert. Und wir werden noch testen, ob das für 24H2 stimmt und werden das dann auch im Video kurz anmerken. Microsoft hat dann außerdem sudo implementiert in die Kommandozeile von Windows und das können wir hier einfach ausprobieren. indem wir eine Kommandozeile eröffnen hier und einfach sudo eingeben. Und wir werden sehen, sudo ist auf diesem Computer deaktiviert. Um sie zu aktivieren, wechseln sie zu Developer Settings Page in den Einstellungen und wir können dann die sudo Implementierung von Microsoft hier unter Windows testen. Dazu gehen wir zu System in die Einstellungen und dann zu Für Entwickler. Und dort werden wir dann die Option sudo sehen. Ganz unten haben wir dann die Möglichkeit, sudo zu aktivieren. Und wenn wir das getan haben, können wir sudo eben hier in den Einstellungen konfigurieren, dass es quasi in einem neuen Fenster geöffnet wird mit deaktivierter Eingabe oder Inline gestartet wird. Können wir hier einfach Inline machen. Das heißt, wenn wir hier eine Kommandozeile nicht als Administrator öffnen, also ganz normal, standardmäßig hier öffnen und sudo eingeben, dann können wir gewisse Befehle in der Kommandozeile einfach mit erhöhten Rechten ausführen, ohne dass wir jetzt die Kommandozeile extra dafür als Administrator starten. Ist eine sehr erfreuliche Änderung in Windows, die sehr viel mehr Komfort schaffen wird für viele, die eben die Kommandozeile häufig benutzen. Und das Witzige an dieser sudo Implementierung von Windows ist, das ist im Grunde einfach nur ein kleines Programm, das sich in der System32 befindet und dieses kleine Programm kann man sich einfach auf Windows 7 quasi mitnehmen und dort dann sudo in der Kommandozeile haben. Ist ziemlich interessant, haben schon ein paar Twitter-Nutzer gemacht, die damit experimentiert haben und ist auch ziemlich spannend, dass das unter Windows auch so geht. Ebenfalls im Zuge dieser Bemühungen, das System unter der Haube zu modernisieren, hat Microsoft einen neuen Energiesparmodus in sein Betriebssystem implementiert. Diesen finden wir natürlich auch rechts unten in den Schnelleinstellungen. Wenn wir diese öffnen, dann können wir hier einen deutlich effizienteren und deutlich verbesserten Energiesparmodus testen. Microsoft hat noch nicht alle Details zu diesem neuen Energiesparmodus veröffentlicht, aber schon jetzt ist klar, dass all diese Änderungen, die Microsoft quasi im Energiesparbereich vorgenommen hat, die sind dazu gedacht, die neuen Windows-ARM-Geräte und die neuen, mobileren, moderneren Windows-Geräte eben noch effizienter zu gestalten und noch ein bisschen besser zu gestalten. Und im Zuge dessen finden wir auch einige neuen Einstellungen und Optionen in der Einstellungen-App, die früher nur in der Systemsteuerung waren. Also diese Reise weg von der Systemsteuerung und weiter hin zu den Windows-11-Einstellungen, die geht auch unter Windows-11 weiter. Microsoft hat ja diese Reise quasi begonnen mit Windows 8, wo es diese sehr einfache, sehr simple, nicht sehr umfangreiche Einstellungen-App gab und diese Einstellungen-App ist jetzt quasi von Windows 10 dann weiterentwickelt worden und in Windows 11 ist die auch schon fast so umfangreich wie die Systemsteuerung. Und endlich eine Funktion, die wir immer in der Systemsteuerung suchen mussten, sind die Einstellungen dafür, was beim Zuklappen oder Drücken des Netzschalters geschehen soll, wenn man eben einen Laptop hat zum Beispiel. Und diese Einstellungen finden wir, wenn wir zu System navigieren, danach zu Strom und Akku und dann haben wir ganz unten hier Deckel, Ein, Aus und Standby-Modus, Schaltflächen, Steuerelemente. So hat das Microsoft auf Deutsch lokalisiert. Und hier können wir quasi dann festlegen, was passieren soll, wenn wir eben die Standby-Taste drücken, wenn wir den Deckel schließen des PCs und was eben passieren soll, wenn wir dies im Akku-Modus machen oder wenn wir dies machen, wenn der PC eingesteckt ist. Diese Einstellungen hatten wir früher in der Systemsteuerung gesucht. Und das Witzige ist, wenn ich hier Zuklappen in die Einstellungen eingebe, also in die Suche in den Einstellungen, obwohl es diese Deckeleinstellungen hier offensichtlich in den Einstellungen gibt, wenn ich auf dieses Suchresultat hier tippe, dann wird die Systemsteuerung noch geöffnet. Man sieht, dass dies kein finales, fertiges Windows-Update ist. Aber unten rechts sehen wir, sie ist signiert für Production. Das ist eine fertige Version. Wir haben kein Watermark. Das ist keine Insider-Version. Also hier sind zwei verschiedene Optionen für dieselbe Sache in den Windows-Einstellungen. Und ich glaube, das wird auch bis zum Release von 24H2 so bleiben, weil das Ausbauen aus Windows ist oft viel aufwendiger als das Einbauen neuer Funktionen für Microsoft. Und da bleiben oftmals einige Funktionen auch Jahre später in Windows enthalten, obwohl sie eigentlich dort nicht mehr sein sollten. Aber all das wurde eben implementiert, um die Effizienz der neuen KI-PCs und der neuen ARM-PCs quasi zu verbessern. Und auch dieser Energiesparmodus ist unter der Haube tatsächlich komplett neu überarbeitet worden. Und das sollten wir dann merken, wenn eben die neuen KI-PCs 2024 rauskommen. Wie gesagt, 2024 ist ein insgesamt sehr großes Jahr für die Windows-Welt. Microsoft wird erstmals richtig in die ARM-Plattform investieren. Und das sieht man auch schon jetzt. Viele neuen Geräte wird es mit ARM-Prozessoren geben, aber auch Microsoft steigt jetzt ernsthaft ein in die ARM-Plattform und wird auch seine Flaggschiff-Geräte, sein Surface Pro 10 und sein Surface Laptop 6 jeweils mit Qualcoms ARM-Prozessoren anbieten. Also das finde ich ziemlich spannend. ARM verspricht natürlich deutlich verbesserte Effizienz und Performance im Vergleich zu den Prozessoren, die wir aktuell in unseren Laptops und PCs haben. Damit vor allem gemeint sind Intels mobile Prozessoren und AMDs mobile Prozessoren. Und wir haben schon die bessere Effizienz und bessere Leistung per Watt beim Apples MacBooks mit Apple Silicon-Prozessoren gesehen. Aktuell der einzige Flaggschiff-Chip im ARM-Bereich unter Windows ist der Snapdragon X Elite von Qualcom. Das wird der einzige Prozessor sein, der quasi für diese Geräte verfügbar sein wird. Und sowohl das Surface Pro 10 als auch das Surface Laptop 6 werden diesen besitzen. Und diese neuen ARM-PCs werden deutlich mehr Leistung bieten als die früheren ARM-Modelle, die wir bisher hatten. Und Qualcom hat da schon eine sehr beeindruckende Demo hergezeigt, wo sie Baldur's Gate 3 auf einem 14-Zoll-Laptop mit 30 FPS in Full HD spielen. Also das ist wirklich beeindruckend, weil Baldur's Gate 3 ist ein wirklich sehr CPU-intensives Game. Und offenbar schaffen die mobilen ARM-Prozessoren dieses Game auch unter Emulation, denn das läuft nicht nativ auf der ARM-Plattform, mit sehr beeindruckender Performance. Und wir haben auch DaVinci Resolve Videobearbeitung auch auf einem dieser ARM-PCs gesehen, das überraschend flüssig ist, vor allem aber dank der Beschleunigung durch die integrierten NPUs, also durch die Neural Processing Units. Die sind sehr vielversprechend und wir könnten da eine sehr bedeutende Performance-Steigerung bekommen, insbesondere zu den aktuell Intel-basierten Thinning Lights, die wir in dieser Form bereits haben. Da wird es eine deutlich bessere Performance geben pro Watt. Das heißt, wir werden eine höhere Effizienz bekommen bei gleichzeitig ähnlicher Performance, die wir jetzt schon von Intel-Geräten bekommen. Das war sie nur ausdauernde. Und wer jetzt gerade aktuell einen PC kaufen will oder muss, der sollte eventuell, wenn er kann, abwarten. Zumindest bis Juni, wenn Microsoft seine Surface-Geräte herausbringt, aber vielleicht sogar bis Herbst, bis dann auch andere Geräte mit ARM von anderen Herstellern auf den Markt kommen. Ich muss sagen, das werden keine günstigen Geräte, aber wer ohnehin im High-End-Bereich, im High-End-Windows-Bereich, sowas wie ein Dell XPS 13 oder Dell XPS 15 sucht oder zum Beispiel ein größeres ThinkPad mit viel Leistung, für den könnte vielleicht so ein ARM-Gerät ganz interessant sein. Die Umstellung wird natürlich Zeit brauchen und sie ist auch bei macOS nicht jetzt auf gleich gegangen. Und bei Windows wird es entsprechend noch wahrscheinlich viel länger dauern. Wobei, dauern ist da schon sehr relativ. Die ARM-Plattform von Windows gibt es ja eigentlich schon seit 2016, damals gestartet mit Windows on ARM. Und Apple hat seine ARM-Prozessoren erst 2020 angekündigt. Also dauert es quasi bei der Windows-Welt schon jetzt länger als bei Apple. Aber ich denke, die ganze Umstellung, die wird erst jetzt schon langsam losgehen. Und da können wir mindestens zwei bis drei Jahre einrechnen, bis da alle Programme oder die meisten Programme des täglichen Bedarfs quasi auf ARM portiert worden sind. Aber es gibt jetzt erst mal einen mobilen ARM-Chip für PCs, der mit Airbus-Silicon-CPUs mithalten kann. Und das sind einmal sehr positive Nachrichten. Und das hat nicht nur das Interesse von uns Kunden geweckt, sondern auch tatsächlich von Entwicklern. Google zum Beispiel hat seinen Google Chrome-Browser endlich nach acht Jahren auf die ARM-Plattform portiert. Und damit ist immerhin der beliebteste Browser der Welt auf ARM verfügbar. DaVinci Resolve, das Videobearbeitungsprogramm, das ich persönlich selber benutze, das ist als ARM-Version momentan in Arbeit und sollte dieses Jahr auch veröffentlicht werden. Photoshop und Lightroom von Adobe sind mittlerweile ebenfalls nativ unter Windows ARM lauffähig. Und Luminar Neo, ein Bearbeitungsprogramm für Bilder, ähnlich wie Lightroom, nur quasi mit KI-Features. Eigentlich ein ziemlich gutes Programm, ganz ehrlich. Das ist ebenfalls bereits für ARM verfügbar. Also man wird schon was anstellen können, wenn man sich einen ARM-PC kauft. Aber wer Angst hat bezüglich der Programmkompatibilität oder sehr spezielle Programme eben in Verwendung hat, der sollte vielleicht einfach prüfen, ob dieses Programm in nächster Zeit tatsächlich von x86 auf ARM portiert wird. Oder man wird eventuell abwarten müssen, bis diese Programme eben da sind. ARM scheint aber auf jeden Fall die Zukunft des PCs zu sein. Zumindest sehen das Microsoft so, die Hersteller sehen das so und auch die Entwickler unter Windows kriegen das auch langsam mit. Ich würde ehrlich gesagt sofort umsteigen. Ich bin ein ziemlicher Enthusiast für ARM-PCs und bin ein ziemlicher Fan von diesem mobilen Formfaktor für PCs. Das Ding kann ja nämlich auch Windows ausführen und läuft auch mit Windows on ARM. Aber generell die ganze PC-Branche sieht Windows on ARM als die Zukunft des PCs und das passt auch momentan sehr gut in die Strategie von Microsoft, muss man sagen. ARM passt sehr gut in diese Everywhere, All the Time, All at Once PCs oder wie auch immer Microsofts Marketing damals gegangen ist, als man Windows 10 ARM 2016 erst mal vorgestellt hat. Also das sind diese PCs quasi, die instant on sind, die modern Standby perfekt unterstützen und quasi all the time online sind, also immer online sind. Auch wenn sie zugeklappt sind, sind diese PCs quasi aktiv und eingeschaltet und mit dem Internet verbunden. Sie funktionieren ein bisschen ähnlicher wie Smartphones, könnte man sagen. Sie bieten deutlich längere Standby-Zeit als traditionelle PCs. Und das zusammen mit der NPU und KI-Funktionalität, das könnte tatsächlich eine neue Ära für den Windows-PC sein. Das hofft jedenfalls Microsoft, das hoffen jedenfalls die Hersteller und ehrlich gesagt, ich bin auch selber sehr gespannt, was möglich sein wird mit diesen kompakteren, aber sehr leistungsfähigen ARM-Prozessoren unter Windows. Sind das solche Dinge? Sind das vielleicht Handheld-Geräte, mit denen man auch zocken kann? Und sind das vielleicht auch einfach spannende Tablets wie so ein Surface Pro? Zum Beispiel wie dieses Dell XPS 13 2-in-1 hier. Das ist ein sehr interessantes Gerät. Und wenn das noch ein bisschen mehr Leistung und Ausdauer hätte, auch ein bisschen mehr Power, zum Beispiel auch für Games. Also wenn ich auf diesem Gerät zocken könnte, wenn mir jemand erzählt, ich kann auf so einem dünnen Tablet Baldur Skate 3 zocken, dann werde ich ehrlich gesagt ein bisschen verrückt. Also 2024 ist ein wirklich spannendes Jahr für die Windows-Welt. Kannst kaum mehr erwarten, die neuen Geräte zu sehen und auch die Entwicklungen zu sehen, die Microsoft in diesem Jahr vor. mit eben der ARM-Plattform und wie das alles eben weitergehen wird. Vor allem auch, wie sich das 24 H2-Update in dieser Hinsicht entwickeln wird und wie Microsoft tatsächlich KI-Features nutzbar machen wird auf der Windows-Plattform, so dass sie für uns Alltagsnutzer, für euch und für mich eben einfach gut einsetzbar sind. Und das war es dann auch im Grunde von mir und von diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet das auf jeden Fall interessant und wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen drauf auf dieses Video und abonniert auch unseren Kanal für noch mehr Tipps, Tricks und Tests rund um Windows. Außerdem, falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt ein neues Windows-Area.de-Forum, wo wir euch liebend gerne bei euren Problemen rund um Windows helfen können. Postet da einfach eure Fragen rein und ich persönlich sowie unser Team an wirklich Experten unter den Moderatoren. Also die sind wirklich sehr kompetent, haben wirklich einen Plan und die helfen euch dann gerne bei eurem Problem rund um Windows. So, das war es dann auch schon von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.